Herr und Frau Schneider haben im letzten Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen. Ihr Einkommen ist dadurch gestiegen oder anders formuliert, der private Haushalt der Familie Schneider verzeichnet ein Wachstum. Wenn man von Wachstum spricht, dann betrachtet man also erst einmal, wie sich eine wirtschaftliche Größe, hier das Einkommen der Familie, in einem bestimmten Zeitraum verändert. Wachstum gibt es nicht nur bei den privaten Haushalten, sondern auch bei Unternehmen und der gesamten Volkswirtschaft eines Landes. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.